Hallo, ich möchte dir etwas empfehlen, und zwar die 3P Conference, die am nächsten Wochenende beginnt, am Sonntag bis am Dienstag, immer so um den Mittag herum, bis abends. Es gibt Aufzeichnungen, es gibt Möglichkeiten, sich zu treffen davor, weil in Online-Räumen, weil alles wird online stattfinden. Normalerweise ist diese Konferenz in England, und ich war auch schon da und werde dir gleich eine kleine Geschichte darüber erzählen. Ich glaube aber, es wird super toll, auch online, weil ganz viele Speaker weltweit, von weltweit sich dazuschalten, weil da ein interaktiver Austausch möglich ist und wir alle gemütlich zu Hause sitzen können. Shelley und ich werden dabei sein, als Gäste, und wir freuen uns. Wir haben freigenommen und werden es miteinander geniessen. Du kannst auch nur einen Tag dir anschauen, oder alle drei, und vielleicht in der Mittagspause und nach dem Arbeiten, also da ist ganz viel möglich. Ich war da vor ein paar Jahren in England, ganz alleine. Meine Freundin hat im letzten Moment abgesagt, gute Freundin Orit Eschel, und so bin ich alleine gereist. Meine Familie, meine Familie, die hatten Schule und mussten arbeiten. Und ich bin in einer tollen Wohnung gelandet und jeden Tag mit dem roten doppelstöckigen Bus dahin gefahren. Es war etwas ausserhalb von London. Und ich werde diese Zeit nie vergessen, weil während diesen drei Tagen ist die Coaching-Ausbildung geboren, die Transformative-Coaching-Ausbildung, die Shelia und ich jetzt gerade durchführen gemeinsam und zu einem Ende kommen. Und eine Kundin von mir war auch da, und wir saßen am Mittag auf einer Bank und hatten Dr. Decken-Bettinger gehört am Vormittag und Elsie Spittel und ganz viele berührende Geschichten und Metaphern und Rednerinnen und Redner. Und wir waren so ganz ruhig und klar und beide in Weiss. Und meine Kundin und ich haben darüber gesprochen, dass sie eigentlich jetzt alles in ihrem Beutel hat, das sie braucht, um weiterzugehen. Aber sie hat ein Jahrescoaching gebucht und da sagte sie mir, dass sie gerne all das lernen würde, was sie bei mir erfahren hat. Und ich dachte, ja, das kann ich, auf das habe ich Lust. Und kaum war ich zu Hause, habe ich diese Ausbildung skizziert. Ich habe Beratung und Coaching-Weiterbildung und Module auch konzipiert schon davor. Und jetzt kam aber so dieser unglaubliche, transformative Teil von diesen Prinzipien hinzu. Und das Fluss. Und aus dieser einen Kundin wurden über den Sommer fünf. Und so bin ich, haben wir gestartet vor knapp drei Jahren. Genau. Hm, Wahnsinn. Genau. Und aus diesem Raum heraus, in diesem Sein, gemeinsam in eine Richtung zu blicken, kann Raum im Innen geben, um wieder einen Schritt mehr gehen zu können oder Klarheit über ein Thema zu bekommen. Also wenn es dich nur ein bisschen zwickt, dann melde dich an. Drei Tage sind 115 Pound und ein Tag kostet 40. Und du hast wirklich eine unglaubliche Vielfalt an Sprecherinnen und Sprechern, die tief in diesem Verständnis verwurzelt sind. Und vielleicht sehen wir uns auch dort in einem Online-Meeting-Raum. Wir würden uns freuen. Vielen Dank. Vielen Dank.